Ich glaube, ich hätte das vor dem Sprung nochmal mit denen reden sollen. Ja, hab ich nicht gemacht. Hallöchen. Aber wir sollten uns besser gleich wieder bereit machen. Sie haben es wirklich raus, wenn man sich Feinde schafft. Ich will nur reden. Ich bin daran interessiert, Sie besser kennenzulernen. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Na gut. Wir sprechen später. Commander. Okay. Ja, dann reden wir jetzt einfach nochmal mit jedem aus der Crew. Ich denke mal, das dürfte ganz in Ordnung sein. So zum Abschluss nochmal, weil wir haben ja eine wirkliche Quest. Habe ich, glaube ich, nicht mehr. Ich sagte doch, wir bohren den Kollektoren einen neuen Damausgang. Ja, der Commander hat es wirklich durchgezogen. Hallo, Joker. Hey, Shepard, bin echt froh, dass diese Kollektoren-Reaper-Scheiße vorbei ist. Sie ist doch vorbei, oder? Wie läuft es im Cockpit? Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Wissen Sie, es ist wirklich angenehm. Edy hat die unangenehmen Aufgaben in allen Bereichen übernommen. An so eine Hilfe könnte ich mich gewöhnen. Ich habe nicht vor, Ihnen jedwede Verantwortung abzunehmen, Jeff. Nein, nein, alles in Ordnung. Halten Sie mich nur auf dem Laufenden. Unauffällig. Hm. Joker nicht missbrauchen. Edy ist keine Krücke. Sie sollen schon weiterhin alles im Auge behalten. Augen sind kein Problem, Commander. Augen habe ich im Griff. Wenn Sie Ihre Augen in die Hand nehmen würden, entspräche das wohl kaum Shepards Absicht. Menschliche Absichten sind schwer zu erkennen, Edy. Aber mit etwas Übung schaffen Sie das schon noch. Joker. Schon gut, schon gut. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ach ja, ist das nicht schön. So, dann reden wir nochmal mit dem Rest der Leute und dann würde ich sagen, war's das dann auch? Da-di, da-di. Mannschaftsquartiere. Wir machen das zuerst. Maschinendeck. Da sind weniger Leute drin. Kann ich mal gucken, ob hier Monsieur reden will? Dann kann ich das anhand dessen. Diese Mission bringt mich zurück. Dann wird wahrscheinlich Kasumi auch nicht viel reden wollen. Egal. Obwohl, ich hätte mich eigentlich schon gefreut, hätten sie noch was gesagt. Grunt. Guter Kampf, Shepard. Aber Cerberus die Basis zu geben war... Schwach. Dieser Unbekannte versteckt sich doch. Er war klug, sie zu verpflichten. Aber ein wahrer Kampfmeister greift zusammen mit seinem Clan an. Wissen Sie aus den Bildern im Tank zufällig, was wir mit den gefundenen Ressourcen anstellen können? Nicht, dass ich wüsste. Ich bin kein Tech. Viel Spaß mit dem, was Sie haben. Hast du Bock zu reden? Ich schau nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Kampfmeister, ich habe alles. Ein Clan, ein Volk und Feinde zum Bekämpfen. Okay. Das ist vorerst alles. Shepard. Jetzt kommt die unangenehme Aufgabe. Mit allen meine ich natürlich auch mit Jack. Lass mich leben. Ich bin auch Psyoniker. Äh, Biotiker. Verpissen Sie sich! Ui. Ich würde fast sagen, Jack ist angepisst. Hallo Tali. Nur zur Information. Ich habe Fieber und eine böse Erkältung. Und in meinen Nebenhöhlen ist Zeug, das ich nicht mal beschreiben kann. Und es war die Sache total wert. Hast du Bock zu reden? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Für Sie? Natürlich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel mir Ihre Worte bedeuten. Aber ich würde es verstehen, wenn du dir etwas... ...jemand anderen suchst. Ich beschwere mich aber auch nicht, wenn du noch interessiert bist. Bist du noch interessiert? Toll. Genau dasselbe wie vorher. Ich will deine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Aber ich bin bereit zu warten. Danke. Ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt irgendwie was anders. Na gut. Ich meine, dieser kleine Kommentar, der war schon cool. Aber... Hm. Hm. Gehen Ende zumindest so ein bisschen. So mehr. Hätte ja auch schon. Ich probiere es trotzdem mal bei Kasumi. Hallo. Hey, Shepard. Hey. Keine Glückwünsche. Sane. Ich bin beunruhigt, Shepard. Ihnen vertraue ich aber nicht Ihrem Auftraggeber. Er wird von Wut und Angst getrieben. Ich fürchte, wir haben lediglich dafür gesorgt, dass er ein Gigant geworden ist. Hm. Ich will über Sie reden. Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Natürlich, Shepard. Kommen Sie. Gibt's noch Gespräche mit Colliard? Ja. Es ist immer noch schwierig. Aber ich glaube, er ist nicht mehr ganz so wütend. Wirst du dir mein Geständnis anhören, Shepard? Natürlich. Ich würde nicht mit dir reden, wenn mich nicht interessieren würde, was du zu sagen hast. Nach meiner Heirat mit Erika haben mich die Hannah gehen lassen, um eine Familie zu gründen. Aber ich konnte nichts anderes und habe mich selbstständig gemacht. Nach dem Mord an Erika habe ich die Verantwortlichen gejagt. Sobald sie tot waren, hatte ich kein Ziel mehr. Ich habe den Dentius-Auftrag angenommen, weil ich nicht wusste, was ich sonst hätte tun sollen. Eine gefährliche Einstellung. Das ist nicht die gesündeste Einstellung für so eine Mission. Stimmt, ist es nicht. Rückblickend ist mir klar, dass ich mich schon zum Sterben zurückgezogen hatte. Ich hätte meinen Auftrag erfüllt. Und wenn Asanas Wachen mich danach erwischt hätten, wäre es ein guter Tod gewesen. Aber jemand anders war auch auf dem Weg zur Zielperson. Ich war gezwungen, schneller zu handeln. Es war eine Herausforderung. Ich musste sie zuerst erreichen. Musste sie zuerst erreichen? Du bist am Leben, weil ich deinen Stolz verletzt habe? Stolz unterscheidet den Profi vom Verbrecher. Deine Mission hat mir wieder ein Ziel gegeben. Etwas, wofür es sich zu sterben lohnt. Eine Chance, Dinge wieder gut zu machen. Ich konnte wieder mit meinem Sohn sprechen. Ich kann meinen Körper in Frieden verlassen. Ich freue mich für dich. Du hattest ein hartes Leben. Du verdienst den Frieden. Was auch geschieht. Meine Waffe kämpft für dich. Das hört man doch gern. Das hört man doch wirklich gern. Shepard, die Herren Toilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Ach ja. Ich weiß nicht, ob es klug war, die Basis dem Unbekannten zu übergeben. Cerberus hat eine sehr enge Sicht der Galaxie. Trotzdem war es natürlich ihre Entscheidung und das respektiere ich. Upgrades. Haben Sie irgendeinen Vorschlag, wie wir die gesammelten Ressourcen nutzen können? Ich habe mein Möglichstes getan, um ihr Erkundungspotenzial zu verbessern. Alles weitere ist ihre Aufgabe. Reden wir. Gibt's was Neues? Es gibt da etwas, das ich Ihnen sagen möchte. Ich habe schon viel erlebt. Ich dachte, es gäbe in der Galaxie nichts Neues mehr. Seit ich mich Ihnen angeschlossen habe, ist mir klar geworden, dass da noch viel mehr ist. Ja, und das war noch längst nicht alles. Wir sind noch nicht fertig. Ich weiß. Es wird mir eine Ehre sein, bis zum Ende an Ihrer Seite zu kämpfen. Das klingt so endgültig. Glauben Sie, dass wir alle sterben werden? Sie haben eine starke Truppe zusammengestellt. Aber wir treten gegen einen unbekannten Gegner an. Was auch kommt, ich bin bereit dafür. Aber ich werde mich nicht selbst belügen, was unsere Chancen angeht. Wir werden es schaffen. Wir werden diese Mission zu Ende bringen. Und zwar lebend. Hoffentlich behalten Sie recht. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und ich weiß, die anderen sind sehr... Wegen der Basis vom Unbekannten. Ich kann sie verstehen. Ich kann sie wirklich verstehen. Miranda. Vor dieser Mission hätte ich niemals unsere Ziele in Frage gestellt. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Was immer Cerberus auf dieser Basis findet, ich hoffe, es ist das alles wert. Bock zu reden? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. So viel dazu. Ich kann gar nicht glauben, dass Sie die Kollektoren besiegt haben. Es erfüllt mich mit Stolz und Leid. Gareth. Hoffentlich kriegt Cerberus raus, was man mit der ganzen Tech anfangen kann. Außerdem hoffe ich, dass Sie nichts Schlimmeres vorhaben als die Kollektoren. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Bock zu reden? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Gareth. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich mag Gareth als Charakter, ne? Aber so wenig, wie der immer sagt. Das ist traurisch. Ich sage es euch, traurisch. Hallo, Doktor. Ich zittere wegen meiner Entführung durch die Kollektoren noch immer ein wenig. Es war eine Tortur. Sie und Jeff waren so schnell da. Noch nie hatte ich treuere Freunde. Danke, Commander. Kein Problem. Dafür sind wir da. Legion. Interessante Entscheidung, Shepard Commander. Die alten Maschinen haben ihrer Spezies angeboten, was die Geth anstreben. Einheit. Transzendenz. Jetzt besitzen sie dieses Wissen selbst. Wir hoffen, dass sie es nicht einsetzen. Ihre Spezies verfügt über ein großes Potenzial. Sie sollten sich ihre eigene Zukunft schaffen. Hm, ich will mehr über sie wissen. Ich würde gern mehr über sie wissen. Thema. Als wir sie an Bord genommen haben, ist mir an ihnen ein Stück festgeschweißte M7-Panzerung aufgefallen. Woher haben sie die? Sie gehörte ihnen. Als sie verschwunden sind, wurden wir losgeschickt, um sie zu finden. Wir haben bei ihrem ersten Zusammentreffen mit den Heretics angefangen. Eden Prime. Nach dem Angriff der alten Maschine wurde die Verteidigung verstärkt. Man hat uns entdeckt. Das stammt von einer Gewehrkugel. Alter Schwede. Das war vor zwei Jahren. Sie hatten zwei Jahre lang nach mir gesucht? Wir waren auf Terum, Feroz, Noveria, Vermeier, Ilos. Einem Dutzend unbesiedelter Welten. Die Spur endete beim Wrack der Normandy. Sie waren nicht dort. Übertragungen organischer Wesen sprachen von ihrem Tod. Wir haben Überreste ihres Kampfanzugs gefunden. Okay. Organische Wesen beobachten. Die Gath hören unsere Übertragungen ab. Organisches Leben reagiert unberechenbar auf Stimuli. Wir wollen lernen. Wie das? Was meinen Sie mit Stimuli? Wir haben eine falsche Information im Extranet verbreitet. Dass eine bestimmte Sternenformation von der Heimatwelt der Batarianer aus betrachtet, aussieht wie das Gesicht einer salarianischen Göttin. Ohne eine Bestätigung abzuwarten, haben manche das als Beweis für die Existenz der Göttin bezeichnet. Wer anmerkte, dass es keinen Beweis gab, wurde angegriffen. Der Streit hat uns viel gelehrt. Das Experiment endete, als ein salarianischer Kult versuchte, die Kolonierechte für die fraglichen Sterne zu erwerben und feststellen musste, dass sie gar nicht existierten. Sie provozieren Reaktion? Das klingt, als ob Sie Experimente an uns durchführen. Sie sind intelligentes Leben, aber anders als wir. Wenn wir organisches Verhalten begreifen, verstehen wir auch die Quarianer-Schöpfer. Wir verstehen ihre Vorgehensweise während des Morgenkrieges nicht. Morgenkriegs? Was ist der Morgenkrieg? Der Konflikt zwischen den Gath und den Quarianer-Schöpfern. Der Krieg, der im Morgengrauen unserer Intelligenz geführt wurde. Der endete mit dem Abflug der Migrantenflotte der Schöpfer. Okay. Interesse an mir? Warum haben Sie versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen? Sie sind ein Gegner der Heretics, die die alten Maschinen zu Göttern erklärt haben. Dahinter muss mehr stecken. Viele organische Wesen haben die Sovereign und ihre Gath-Verbündeten bekämpft. Was ist an mir so interessant? Sie waren am erfolgreichsten. Sie haben ihren Gott getötet. Sie waren erfolgreich, wo andere versagt haben. Ihr Code ist überlegen. Warum meine Panzerung? Das erklärt nicht, warum Sie sich mit meiner Panzerung selbst repariert haben. Weil dort ein Loch war. Aber warum haben Sie es nicht früher repariert? Oder mit etwas anderem? Keine Daten verfügbar. Ich würde sagen, stolz. Kann man jetzt hier anleihen. Ich gucke mal, ob es jetzt noch die ein oder andere neue Mission gibt. Vielleicht muss ich ja noch für meinen Fehler büßen. Und ja. Wenn nicht, schauen wir einfach mal. So, da-di, da-di. So. Was haben wir denn da? Shadow Broker Basis. Palladium. Nee, also vieles hier nicht. Nee. Oder haben wir sonst noch eine Quest im Tagebuch-Log? Für Isch. Na ja, gut. Jetzt so ganz kleine Grogana-Sushi. Hm. Ja, komm. Also, ähm. Ich würde sagen, das war es an der Stelle. Ich werde jetzt mal anfangen, mir Mass Effect 3 runterzuladen. Und wir sehen uns dann quasi direkt im Anschluss mit dem dritten Teil der Serie. Hm. Sodass man, glaube ich, sagen kann, bis später. Natürlich nur, wenn ihr dann Lust habt, dabei einzuschalten. Also, ich sag bis denne. Euer Safi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.